Zur Verfügung gestellt von meinem Kooperationspartner Best4Shooters.de habe ich weitere Teile für meine Glock 17 des Herstellers Tony System aus Italien erhalten. Ich möchte sie euch ganz kurz vorstellen. Wir haben da zum Beispiel hier aus Aluminium einen schönen Slimline Magazintrichter. Blendet sich sehr schön ein, hat absolut nahtlose Übergänge in den Schacht hinein. Sehr, sehr schön gefertigt und sehr, sehr passgenau. Wir haben, was ich euch schon vorgestellt habe, die Tony System Montageplatte für Reddots, hier für das ZR6 auch von Tony System, welches den Footprint von Seymour verwendet. Des Weiteren haben wir hier ein Laufgewicht, ein Waffengewicht, welches auf die Zubehörschiene aufgeschoben wird mit ca. 40 Gramm zusätzlichem Gewicht, wird fixiert durch diese zwei Madenschrauben, damit es nicht runterrutschen kann beim Rückstoß. Gibt der Waffe ein bisschen mehr Balance, insbesondere wenn das Magazin gefüllt ist, ein bisschen mehr Kopflastigkeit, was vielleicht ein bisschen im Rückstoß dann entgegenwirkt. Muss ich tatsächlich auf der Range dann noch testen. Wir hätten dann des Weiteren noch eine durchgehende Federführungsstange aus Stahl mit entsprechender Feder, die es in unterschiedlichen Stärken gibt. Mit farblich abgesetzten Frontringen hier vorne, ein bisschen was fürs Auge. Wir haben dann hier auch sehr schön, gefällt mir richtig gut, einen vergrößerten Verschlussfanghebel, der wesentlich mehr Haptik bietet als jetzt der Originalverschlussfanghebel. Aber diese Verlängerung hat gegenüber dem normalen, bei der FS von der Glock 17 damals, war ja schon bereits der verlängerte Verschlussfanghebel mit drin. Der hier hat in etwa die gleiche Länge, aber durch die Rifflung, wie gesagt, ein bisschen mehr Halt. Tony System bietet für eine Vielzahl unterschiedlicher Waffen CNC-gefertigte Alu-Teile an, wie zum Beispiel für CZ, P10-Serie, Shadow 2-Serie, 1911er. Sie bieten für AR-Plattformen viele Produkte an. Schaut mal vorbei, Best for Shooters hat die Möglichkeit, wenn auch nicht alles auf Lager ist, euch auf jeden Fall das zu beschaffen, was ihr möchtet. Schaut euch um, sind sehr interessante Produkte, wie ich finde, qualitativ, sehr hochwertig gefertigt und das Beste in Europa gemacht. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.